Als wir eben die Wenn-Funktion benutzt haben, haben wir uns ein bisschen geärgert vielleicht, oder es war ein bisschen lästig, dass die Wenn-Funktion keine drei Fälle unterscheiden kann, beziehungsweise nicht mehr als zwei. Wir konnten ihm nur sagen, wenn das eine erfüllt ist, dann mach das, und wenn nicht, dann mach was anderes. Wir würden aber ihm gerne sagen, wenn das eine erfüllt ist, dann mach das eine, wenn das zweite erfüllt ist, dann mach das zweite, vielleicht wenn das dritte erfüllt ist, mach das dritte, und so weiter und so fort. Und wenn das alles nicht erfüllt ist, dann mach irgendwas anderes. So eine Funktion gibt es leider nicht, aber es gibt eine, die das sehr gut imitieren kann. Und zwar, wenn wir mal nach der Funktion Wenn-Es suchen, oder Wenns, dann stellen wir fest, hier können wir mehrere Tests hintereinander laufen lassen. Das heißt, es wird was getestet oder was überprüft. Wenn es wahr ist, wird Ergebnis 1 geliefert. Wenn es falsch ist, wird der zweite Test durchgeführt. Wenn der wahr ist, wird Ergebnis 2 geliefert. Wenn es falsch ist, wird der dritte Test durchgeführt, und so weiter und so fort. Was es hier leider nicht gibt, aber das ist gar nicht so schlimm, das können wir gleich wunderschön trotzdem imitieren. Es gibt hier nicht das, wenn nichts davon erfüllt ist, dann mach bitte folgendes. Das gibt es leider nicht. Aber wir können es trotzdem nutzen, und zwar wie folgt. Also wir gehen hin, starten mal mit der Funktion, und bauen wieder unsere erste Zeile. Unsere erste Zeile sagte, wenn UE mal V kleiner ist als UB-, dann mach bitte UB-, das ist quasi Test 1, beziehungsweise Anweisung 1. So, wenn das jetzt nicht erfüllt ist, dann überprüfe bitte mal weiter, ob vielleicht UE mal Verstärkungsfaktor größer ist als UB+. Wenn das so ist, dann liefer bitte UB+, am Ausgang. Wenn das jetzt aber auch nicht erfüllt ist, dann hätten wir gerne für alle anderen Fälle machen folgendes. Das können wir uns jetzt nicht direkt bauen, sondern wir lügen ihn jetzt an. Und zwar machen wir, wir nutzen jetzt, dass er wirklich von links nach rechts die Funktion ausliest. Das heißt, sobald hier irgendeine Bedingung erfüllt ist, springt er sofort raus, liefert das Ergebnis und liest die Funktionsargumente gar nicht weiter. Das heißt, was wir hier hinten jetzt anhängen, ist eine Bedingung, die immer wahr ist. Es ist im Grunde völlig egal, was wir hier hinschreiben, muss nur stimmen. Zum Beispiel stimmt 1 gleich 1. Ich glaube, dass 1 gleich 1 ist. Darüber kann man sich auch als Nicht-Mathematiker relativ schnell im Klaren werden und darauf einigen. Das hier ist jetzt immer erfüllt. Gut. Und wenn das immer erfüllt ist, dann ist das jetzt quasi unser Sonstfall. Das heißt, in allen anderen Fällen soll er bitte UE mal V liefern. Was passiert hier jetzt? Hier passiert Folgendes. Er überprüft die Bedingung. Ist sie nicht erfüllt, springt er in den nächsten Fall, überprüft diese Bedingung. Ist die nicht erfüllt, springt er in die letzte. Die letzte ist auf jeden Fall immer erfüllt. Das heißt, wann immer die ersten nicht gehen, geht zumindest die letzte und bis dahin liest er. Sobald jetzt aber irgendwas vorher erfüllt ist, also ich sage mal, die Bedingung ist erfüllt, dann liefert er diesen Wert und springt aus der Funktion raus und liest das gar nicht mehr. Das heißt, Kalk kriegt an der Stelle nicht mit, dass es eigentlich zwei Varianten gibt, wo jedes Mal eine Wahrerfüllung rauskommt. Das kriegt Kalk nicht mit, weil er gar nicht so weit liest. Ja, und wenn man jetzt nicht doof wäre und sich nicht verschrieben hätte, dann stünde hier auch nicht wenn, sondern hier stünde auch wirklich wenn es. Und wenn hier auch wirklich wenn es stünde, dann würde der auch einen sinnvollen Wert liefern, wie wir jetzt sehen. So. Funktioniert also, liefert das gleiche wie vorher. Jetzt können wir mal gucken, ob es immer noch auf allen Einträgen das gleiche liefert wie vorher und das tut es. Das heißt, das hier ist eine alternative Schreibweise zu dem hier. Und wenn man sich die beiden mal anguckt, dann unterscheiden sie sich in der Länge nicht wirklich. Sie unterscheiden sich halt ein bisschen strukturell. Während ich hier so eine Schachtelung vornehmen muss, die vielleicht relativ schwierig zu denken ist, muss ich hier keine Schachtelung vornehmen, muss hier aber so einen komischen 1 gleich 1 Fall erfinden, damit das so gleichermaßen funktioniert. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage der persönlichen Präferenz, was man da gerne macht. Ja, das nur als Alternative.